Sehr geehrte Herr Stoff-Koordneter, sehr geehrte Damen und Herren, ich muss ja sagen, ich bin langsam so manche Folgen für ganz schön unverschämt. Also wenn hier gesagt wird, wir also diejenigen aus der Opposition würden das Vertrauen verspielen. Ich möchte mal, richtig, jetzt ist es so, bis Dezember gab es noch eine stabile Mehrwert, wo hat es hier gescheitert, dass sie selbst das Vertrauen in der eigenen Koalition verloren hat. Was haben Sie denn darauf gelernt? Es ist nicht mal ein Statement, dass da was falsch gelaufen ist bei der Marktfälle. Sie ziehen es einfach weiter. Sie versuchen einfach jetzt irgendwie weiter Einzelne zu finden, die irgendwie für eine Mehrheit sorgen, statt zu sagen, okay, es ist was grundsätzlich schief gelaufen und wir müssen jetzt gucken, wie man das gerade rücken kann und nicht der Lösung findet. Zweitens, Herr Giselle, Sie hatten auch nochmal gesagt, dass Sie vorher ja schon jahrelang versucht haben, das auch mit den jetzigen Marktheilen GmbH zu lösen und da keine Signale erhalten haben. Da frage ich mich schon, ob das vielleicht dann auch schon vor der Vergabe klar war, dass Sie die Marktheilen GmbH dafür nicht haben wollen, sondern dass Sie lieber einen Investor wollen. Und ich finde auch, wenn es jetzt plötzlich heißen, die Begründung ist, wenn man sich gegen dieses Konzept stellt, würde man Investoren verscheuchen. Es geht bei der Marktfälle nicht darum, irgendwie Investoren in dieser Stadt zu halten, es geht darum, eine Lösung für die Marktheilen zu finden. Es ist schön, wenn Sie zuhören, ich möchte auch nur nochmal an die Bürgerversammlung erinnern, wo der Raum wirklich voll war bis oben hin, weil es so ein großes Interesse daran war. Und die Reaktionen, wie ich sie wahrgenommen habe, wir haben auch aufreden lassen, Herr Decker. Und die Reaktionen, wie ich sie wahrgenommen habe, war nicht, dass da alle total mit dem Konzept mitgegangen sind, sondern dass es da durchaus auch Kritik daran gab, dass der Beschluss, die in der Stadtverordnetenversammlung war, nicht umgesetzt worden ist. Ich möchte auch nochmal, weil es gesagt wird, heute ist die einzige Möglichkeit, die Marktheile zu trennen. Das sehe ich nicht so, also wenn Sie sagen, wir haben den Antrag durchaus gelesen, gelesen, und ich finde es auch eine unverständlichkeit, wenn man gesagt hat, wir wissen nicht, über was wir hier diskutieren, seit über einem Jahr, da hatten wir die Anträge von vorne auf ein, seit März letzten Jahres, jetzt unter Grundlicht gelesen. Es ist schade, dass es da nicht eine andere Einigung gab, aber es gibt immer noch eine Möglichkeit, das jetzt zu verändern. Und da hieß es gerade, es wäre Haltung, wenn man Protesten nicht nachdreht. Also wenn die Stadtgesellschaft sich organisiere und irgendwie die Marktbeschicker auch nochmal sagen, sie haben auch da eine, ja, wie sie es machen, das ist mein Vorwurf an Sie, dass Sie versuchen, das Wort im Mund umzutreten. Also das Signal, was wir von den Marktbeschickern und der Stadtgesellschaft erhalten haben, ist, dass es da keine großen Zufriedenheiten gibt, wie es jetzt läuft. Wenn Sie sagen, es wäre mit Ihrem Antrag ja bereits gegeben, dass die Marktbeschicker zustimmen, dann können Sie unserem Änderungsantrag ja auf jeden Fall zustimmen, da ist es hier nur nochmal formal abgesichert. Sie sollten keine Angst davor haben, weil nach Ihrer Meinung müssen ja locker 90 Prozent. Also von daher stimmen Sie heute mit Nein, das heißt Klarheit für den Marktbeschicker und das heißt ein Ja für den Marktbeschicker und wenn Sie zustimmen für Investor, ja.